Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Orthomol. Ich hatte die Chance immer meinem Herzensweg zu folgen und ich bin mit Haut und Haaren dabei, weil es ein Familienunternehmen ist, weil ich es auch als Junge mitbekommen habe. Die Arbeitswelt hat sich so ein bisschen verändert und ich glaube ja, es gibt noch richtig clevere innovative Ideen für Büroraumgestaltung und da man täglich so in seinen eigenen Welten unterwegs ist, würde ich mich unglaublich freuen, wenn da junge Leute mir einfach Ideen liefern, Tipps zeigen, wie ich den Arbeitsraum noch kreativer, noch effektiver gestalten kann. Wenn euch das Thema anspricht und ihr die Büros der Zukunft mit kreieren wollt, dann meldet euch unter dem Hashtag Open2Mentor. Ich würde mich freuen.